Auf die Gefahr hin, dass ich megamissig verkackelage, lade ich euch zu dem Video hier ein. Hier ist der Guzoa und ich greife jetzt einfach mal an und ich weiß, dass das megamissig in die Hose geht. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr mit Boogies angegriffen und ganz ehrlich, ich weiß nicht ansatzweise, ob das überhaupt ein bisschen klappt. Ich habe ja sonst wirklich Boogies nur verwendet und halt wirklich nur schön hier, ich spam die halt wirklich einmal auf einer Seite, ich bin da total raus. Echt, muss ich wirklich sagen, es ist so krass, dass man das fast irgendwo ein bisschen verlernen kann. Schlimm eigentlich. Ich nehme hier noch das Dunkle mit, hoffe ich mal. Basinga, ja komm, ein bisschen was Dunkles zumindest. Ich denke mal, das sollte passen. Ja, ich meine, für die 50% reicht es auch noch, aber ich denke mal, so viel mehr auch nicht. Ich habe mich jetzt irgendwie so ein bisschen zu Tode geskippt und dachte mir dann auch, oh nee, jetzt willst du irgendwann angreifen. Und ich hatte viele Gegner, wo ich wirklich irgendwie insgesamt 600, 700 Kage bekommen hätte. Ja, aber ich hätte die halt einfach mit meinen Truppen nicht wirklich kalt machen können. Ja, das war herzlichen Glückwunsch, das war gar nichts, aber naja. Okay, dann lassen wir das mal. Nee, wir brauchen noch ein bisschen, was LX brauchen wir, deswegen machen wir da einfach noch weiter. Gucken wir mal, ob hier noch schöne Neue, hier All is good, All is super. Gucken wir mal, ja hier, das ist ein kleiner Bug hier mit Blue Stacks momentan. Zack, Max Magier, Max Magier haben wir nicht. Wer hat denn Max Magier? Keiner. Gut. Riesengift gibt's auch nicht. Leider, tut mir leid. Maja Grön. So, haben wir auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch einen schönen Angriff haben. Weil ich würde gerne halt neben dem Vorlesen der Kommentare gerne noch ein Gameplay laufen lassen. Lukas schreibt, du bist mega sympathisch, Like-Dislike-Verhältnisse so verdient. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, und zwar sagt Maximilian, es geht jetzt darum, um das Video von den Glitches. Also, wo ich gesagt habe, ey, was habt ihr denn eventuell noch für Glitches, die, ja, die ihr noch kennt? Und, haut mal bitte raus. So, wäre jetzt natürlich ein bisschen Quark, wenn ich sagen würde, ja, gut, okay. Ihr schreibt das runter und dann sage ich gar nichts dazu. Doch, wollen wir uns natürlich angucken. Mal gucken, was hierbei so rauskommt. Und so, Rage noch hier, zack, passt. Okay, so, zieh die Bauhütte, in der der Arbeiter schläft, auf ein Feld, wo du sie nicht platzieren kannst. Okay, dann gehe in dein Dorflayout unter dem Bearbeitungsmenü, speichere einfach ganz normal ab und der Arbeiter schläft auf der Hütte. Okay, das kannte ich noch nicht. Also, wo ich sie nicht abstellen kann, dann soll ich in den Bearbeitungsmodus gehen, dann habe ich hier meine Base, anpassen und speichern. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay, das ist ziemlich geil, kannte ich noch nicht. So, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, das ist natürlich ein cooles Gewächs, auf jeden Fall. Sehr nice, das ist cool, das hat, das hat, das hat Stil, auf jeden Fall. Ähm, das funktioniert echt, schreibt Z-Barone, ja, irgendwie gruselig. Ja, creepy shit. Ne, das ist natürlich ziemlich geil, auf jeden Fall. Ähm, nehmen die CB und setzt die übers Rad, oder was, nee, das waren, das waren einfach nur so ein Tipp, sage ich mal. So, gutes Beispiel, schreibt Junge Digga, und zwar... Du hast ja deinen King im Ausbau, normalerweise schläft der King, also beweg mal sein Altar irgendwo anders hin und schau, was er macht. Okay, das kann ich machen, ich... Ja, genau, genau, der schläft gerade. Ja, okay. Aber, jetzt kommt, jetzt kommt der creepy shit, auf jeden Fall. Der springt wiederum über die Mauer. Wir hatten ja die anderen Truppen, ich sage jetzt mal hier zum Beispiel, bestes Beispiel, so. Naja, okay, die laufen jetzt ein bisschen doof. Laufen außen rum, die alten Säcke, die alten Mädels. So, hier, so, jetzt gucken wir mal. Den packen wir mal hier hin. Und die laufen hier einfach so rum. Bilden eine schöne Schlange. Kennt ihr ja. Was ist denn das? Ihr seid aber in der Mitte, seid ihr da rüber gesprungen. Was seid ihr für Leute? Möchte ich gerne nochmal sehen. Die sind doch gerade über diese Mauer rüber gesprungen. Ah, nee, okay, aber das sieht so aus. Yeah, wie bildet man eine Schlange? Jetzt wisst ihr es, auf jeden Fall. Klappt, also der King springt. Wäre noch zu gucken, was die... Ah, die Queen wird dann auch springen. Dann schrieb, äh, bei Gio, warum bist du im Clan gnadenlos? Und da konnte ich es mir halt nicht verkneifen. Und musste einfach schreiben, weil ich es kann. Nee, also, ich wurde halt, wie gesagt, vom Heiko eingeladen. Apropos Heiko, da dürft ihr natürlich gerne vorbeigucken. Also, wenn ihr halt eben wirklich auch mal Gameplays im Bereich Legende halt sehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Der Clan gnadenlos hat eine eigene, einen eigenen YouTube-Channel. Einfach mal gnadenlos COC bei YouTube eingeben. Und da kommt ihr beim Heiko raus. Und dann macht er das auch richtig nice. Auf jeden Fall. Und zwar schreibt Manuel Strauß, ich habe einen Bug gefunden. Wenn der Ballon die Bombe wirft, sieht man sie am Boden. Vielleicht geht es nur bei Ballon 5. Okay, also. Wenn der Ballon die Bombe wirft, sieht man sie am Boden. Ballon 5 wäre für mich kein Problem, weil ich die selber machen kann. Das würde ich jetzt kurz ausprobieren. Da bin ich jetzt echt mal heiß drauf. Da wird auch dann mal kurz ein Gem investiert. Und, ja genau. Und ich gehe erstmal in den Clan-Krieg rein. Genau. Das machen wir so. Und dann sagen wir hier einfach mal. Ist egal wo. Zack. Passt natürlich sehr gut. Weil wir hier mit einem Loon relativ viel machen können. Es sei denn, da sind wieder Teslas unterwegs. So, das will ich jetzt sehen. Ja. Sehe ich auch gerade. Das stimmt. Das war sonst. Ja, ja. Das war sonst nicht so krass. Da muss ich dir recht geben. Habe ich das. Habe es gerade getestet. Stimmt. Creepy Sache auf jeden Fall. So, hier. Ja, okay. Das geht hier noch relativ fix. Doppelte Feuerkraft. Aber das ist natürlich sehr geil. Und wie gesagt, solche Sachen halt. Da geht es mir halt auch wirklich darum. Ihr seht das. Ihr habt eine Frage gestellt. Beziehungsweise habt gesagt. Ey, hier so und so sieht es aus. Oh, mein Ohr juckt. Sorry. So und so sieht es aus. Dann kann man doch da mal hier, was weiß ich, seine drei Gems da aus dem Fenster werfen. Und sagen, gut, okay, komm, das mache ich jetzt mal. Ganz klare Geschichte. So. Zack. Kuzua. Danny Angel schreibt, wenn du einen Baum beziehungsweise Pilz etc. abbaust, und er dann verschwindet, laufen die Arbeiterinnen trotzdem noch hin, genau, wenn sie bereits auf dem Weg waren, obwohl er nicht mehr da ist. Das stimmt. Das kenne ich auch. K7 schreibt, Kuzua, guck dir die Ecken von deiner Base an. Da sind solche Monstergesichter. Die Ecken von meiner Base. Vielleicht mein zweiter, mein erst Account. Weiß ich nicht. Sorry. Genau. Max Eichinger schreibt eben auch den Glitch mit der Bauhütte. Das ist richtig, richtig cool. Habe auch einen Glitch, den du mal zeigen könntest. Schreibt Leon O. Und zwar, halte eine Bauhütte gegen ein anderes Gebäude so, dass die Bauhütte rot ist. Ja, genau. Also den kennen wohl mehrere, aber der ist halt echt nicht schlecht. Ja, man kann auch den Bauhütte auf der Wiese liegen lassen, genau. Frise sitzt, yeah. Finde ich cool, dass die Frisur gut ankommt. Ja, mit der Bauhütte, das kommt halt oft. Lock hat einen Glitch gefunden und der ist im Video drin. Okay. Gucken wir mal, was der hier uns zeigen möchte. Kommt, das, das geht, das tut, tut mir auch nicht weh. Da kann ich auch mal ganz kurz hier auf, äh, auf etwas größer machen hier. Na, Fullscreen eigentlich nicht. Gucken wir mal. So sollte das passen. So. Gucken wir mal. Ich mache auch mal laut. Ne, er hat Musik drin. Das weiß ich nicht, ob es da, äh, ob es freie Musik ist da, bevor es da Ärger gibt. So, er hatte auf jeden Fall 1944 Pokale. Die hat er ja zuvor markiert. Das habe ich gesehen. Ja. Ja, es ist noch Musik. Ja, okay. Ah, okay. Ja, okay. Verstehe. Ja, okay. Ist ein Bug. Ja. Okay. Ähm. Okay. Nice to know. Und da hat er sich dann sogar, da im Global war es halt noch anders. Ja, nee, ist doch auch nicht schlecht. Ja, klar. Kann man gerne mal haben, auf jeden Fall. Warum denn nicht? So, okay. Das passt. Meine Angriffe sind so dumm. Naja, trotzdem klappt es ja mit, äh, mit dem, äh, Maxen der Base, wa? OP. Ja, genau. Hat Herbert aufs Maul bekommen. Ah, okay. Er hat wirklich mal einen 3-Star. Hier, jetzt seht ihr mal ein, äh, eine Dev auf diese, äh, Base, die ich halt, äh, ja, auch machen wollte oder machen will. Mal gucken. Jo, G-Group schreibt, hab gerade den ersten Queen Walk versucht, kam Pekka 5 aus der Klanburg und meine Queen war down. Naja, vollkommen richtig. Pekka, Loons sind so das, was halt wirklich richtig, richtig böse ist. Drache und sowas, das ist alles Kleinkram. Aber, Pekka und Loons, richtig, richtig krass. Auf jeden Fall. So. Achso, mit der, ähm, dann schreibt, äh, The Originals, mach mal einen Sprungzauber über die Statue in der Goblin-Mission Kobold-Picknick und lass einen Barbaren hineinhüpfen. Probier's mal. Ich weiß, was passiert, wisst ihr es auch, probiert's einfach mal aus. Also, im Kobold-Picknick, in dieser Einzelspieler-Mission, äh, ja, mh, über diese, über diese Statue in der, äh, Mission müsst ihr, mh, Jump-Spell droppen und dann, äh, müsst da eine Truppe droppen und dann seht ihr, was passiert. Aber es geht noch mal, da ist, glaube ich, noch mal irgendwo einer. Du hast keinen Clan mit dem schlechten Account, kommst du, achso, äh, ja, mittlerweile habe ich da aber wieder einen Clan, ähm, ja, genau, hier, äh, Korbian Ölmüller schreibt, äh, du geile Sau hast heute drei Videos gebracht. Ja, wie gesagt, da einfach noch mal dazu wirklich, ich hab's ja zuvor schon gesagt, es hätte einfach nichts gebracht, weiterhin dann sozusagen Videos von vor dem Update einfach zu bringen. Die wollte ich dann halt in Anführungsstrichen schnell vom Markt haben und hab mir auch gedacht, ey, löschen braucht man sowas auf keinen Fall. Warum denn? Ist ja Quatsch. Das sind ja gute Videos und die kann ich euch dann halt geben und ich geh mal davon aus, dass sich da keiner beschwert hat. So. Gusua, was findest du besser, dass ich mein Rathaus 6 Account aufgebe und einen Troll-Account mache oder sein lassen? Ne, Rathaus 6, da ist ja schon das, ich sag mal, ja, da bist du ja schon kurz vorm 7er, beim 7er hast du halt schon den King, ein 7er ist ein, in Anführungsstrichen, vollwertiges Dorf, sag ich mal so, da, da geht's dann schon los, alles andere ist noch Pille Palle, wo ich sag, komm, hier nur Goblins nehmen, komm, scheiß auf die Liga und so weiter und so fort, aber Level, äh, Town Hall 7 ist dann schon langsam interessant, würde ich auf deine, an deiner Stelle auf jeden Fall weitermachen. Wenn du etwas spendest und das Truppenlager, auf dem die Truppe stand, verschiebst, während die Truppe weggeht, geht sie wieder zurück. Okay, beste Frisur ever, Digga. Ja, also, ja, das war's dazu, da seht ihr mal wieder, wurden ordentlich Kommentare geschrieben und natürlich auch ordentlich beantwortet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war halt eben mal wieder was anderes, hoffe ich doch mal. Das war's von mir und ihr haut rein. Ciao, ciao.